so wir sind wieder zurück herzlich willkommen hier ist der ending wir sind jetzt wieder im neuen land ich habe einen gefunden der steht auf der anderen Seite was er lebt doch aber aber das wurde herrlich machen so auf der nächsten da oben ist er oh man da bin ich voll vorbeigelaufen weißt du das was dagegen unternehmen ui weiter weiter ja ui ui Ja, und das war meine Patrouille. Oh, das sind zum Nachschub die vorhin wieder. Was hast du los? Schießen, dann schieß. Ich habe keine Miene mehr. Okay. Jetzt habe ich wieder. Ich muss den Kopf versetzen. Gut, das war schon gut. Oh. 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 Hopp an. Wacht ik. Warnung, eintreffende gegner. Dat is wel zichtig. Zot. Want er is een niveau. Oh. Oh. Die war schon. Warte wird beschossen, beschossen. Bist du der Betrie? Oh. Oh. Oh, da kann man keine Denkung machen. Ach du Scheiße. Schön. Es gibt doch nicht die Schöne noch. Warnung, eintreffende Gegner. Oh, da drüben. Da drüben. Da kommt es. Oh. Das ist jetzt sein Koffer. Oh. Oh. So, sie kommen von der anderen Seite. Hast du Granate? Ja, weint er verloren. Ja, weint er schon. Nein, ich meine die Brand. Ich hab keine Brand. Ich hab keine Brand. Ich hab keine Brand. Ich hab ne Spiegel kann ich anbieten. Nein, ich meine die, was du immer, was wir immer los schicken. Ich hab keine mehr, hab ich dir gesagt, ich hab jetzt eine andere Fertigkeit. Ach so. Ja. So schon. Oh. Langemission. Aber? Couture. Ja. Warnung, eintreffende Gegner. Er ist bei uns hier. Was noch immer? Ja, ja. Langemission. Oha. ... Was war das? Ja, ja. Oh, sie sind Okay. Ja, ja. Da schau mal deine an, gut gemacht, das muss ich jetzt. Die Kopfs, die hier mal lebten, sollten sich schämen, dass sie die Arbeit für sie machen. Dann gleich weiter. Jo. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 15. 18. 18. 21. 20. 21. 22. Achtung an alle Murray Hill Einheiten, wir erwarten Hilfsgüter bei den Büffen in der 36. Police und Freifen, wir könnten jede Hilfe brauchen, das LNB wurde im Abwurfsbereich gesichtet. Wir Sparrow 6, erreichen Position in unter einer Minute. Oh, das ist heftig von beiden Seiten. Shit. Oh, hinter uns auch. Komm auf uns. Du musst mich rechts hinter uns und nicht drüben vor dir. Warnung, Feindkraft näher an sich. Oh man, dann kriege ich nichts. Oh. Oh, nehmt, nehmt. Ja, das ist schon ein bisschen. Was hast du jetzt für Körperschaftsfrei geschaffen? Taktisch, hab ich jetzt genommen. Achtung, Janatz, unterwegs. Und was kam denn? Ja, meinst du? Ja, ich hab mir schon. Achso, achso. So. So. Oh. 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 Warnung, Feindkraft näher an sich. Oh. 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 Oh, Elite, Elite, Elite. Ich hoffe, dass nur so vorderlich ist, das ist sehr heftig. Jetzt kommen sie nicht mehr so, wenn du eine Welle abgeschlossen hast, sondern es kommt gleich der nächste Nacht. Ja. Ja, gut. Dann zum nächsten. Zum nächsten. Aber trotzdem gut gelöst eigentlich. Keiner muss den anderen wiederbeleben. Das eben, weil wir hinter einer Barriere sind. Erstens mehr Schaden wir machen, bessere Präzision, Fertigkeiten werden schneller aufgeladen und du bist geheilt ein bisschen, was dir abgezogen wird. Oh, da sind viele. Was machst du da? Bis dahin, ich habe jetzt schon keine Medi-Backs mehr fast. Rop!! Rop!!! Bewegt eure Arme! Wer steht! Er steht da und wo ist Já? Wir können nicht weiterhelfen! Wir können auch immer zerstören, wenn man ihn nicht mehr braucht. Oh, pass auf, pass auf! Ah, die haben uns gesehen. Bis zu depp, oder? Bis zu depp, oder? Besser, besser, vorans. Wo? Da? Vorans ist immer gut. Entschuldigung, ja. Ah! 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 Ok. Ok. und ganz wahr Also die Feindpräsenz wird hier ziemlich heftig schon. Das war für dich ganz cool, ich glaub da hätten wir das wirklich taktisch auch. Das ist der Ansatz, dass wir so viele Kötten. Okay. Warte auf die Hauptmission. Ja. Den Kopf hast du aber kalten. Den Kopf habe ich. Der ist super. Den habe ich jetzt nicht nutzen können. Der ist super. Der ist kein anderer Eingang. Ich habe schon geschaut. Okay. Der Eingang blockiert mich gleich. Bei mir. Freut mich. Na habe ich das? Das ist nicht falsch. Oh wow. Ich liebe diese MP. Ich habe mich in diese Waffe verliebt. Ich habe jetzt mit einem Magazin zwei Gegner da angebracht. Da haben wir noch viele Kopfschutz dabei und bis zur letzten Kugel aber. den Boden immer noch immer noch mit einem Arm zu der Schmuck. Ja, ich hoffe jetzt. Der auch nicht. Der nur noch ein paar Besitzer hast du ja nicht die Gitter. Ach du Rettel. Und wenn du noch etwas spielst, bist du. Das ist kein Heldesystem. Ich bin doch noch in der Gegend. Ich bin jetzt nur noch in der Gegend. Sie sind wieder auf die anderen Seite. Das kann nicht sein. Plötzlich den Koffer. Ich bin schon wieder draußen. Gut zurückgekämpft. Komm da ran. Oh shit. Ich bin da. Ja. Guck das auch nicht. Oh. Scheiße der da aufköpft. Das ist gerade aufköpft, Alter. Muss man aufpassen. Oh, danke. Ja. Zurück. Nach vorne. Oh, da kommt eine Elite. Ja. Jetzt habe ich hier der letzte, oder? Das war schon. So würde ich auch gerne schießen können. Danke Agent. Oh Gott, das war echt übel. So Leute. Das war's mit der heutigen Folge. Wir sehen uns mal jetzt mal. Bis dann. Haut rein. Macht's gut. Und ciao. Ciao. Cablo. to Friend. candy,